FleetScan 2D – unabhängig, transparent, präzise Nutzen Sie die FleetScan 2D Web-Applikation für Ihr Tablet oder Ihren PC. Mit der interaktiven Karte haben Sie Ihre Transformatoren ständig im Blick. Nutzen Sie die übersichtliche Darstellung Ihrer Flotte zum Filtern, Suchen und Finden. In der Transformatorenakte verwalten Sie Ihre Dokumente mit permanentem Zugriff. Bewerten Sie den Zustand einzelner Transformatoren oder Ihrer gesamten Transformatorenflotte in den Bewertungskategorien Visuelle Inspektion, Thermografie, Ölanalyse, elektrische Messung. Mit FleetScan 2D erhalten Sie innerhalb der zwei Bewertungsdimensionen den Zustand Ihrer Flotte auf einen Blick. Kritische Einheiten können rechtzeitig identifiziert werden. Präzise und priorisierte Handlungsempfehlungen ermöglichen Ihnen die bestmögliche Allokation Ihrer Ressourcen. Präzise und priorisierte Handlungsempfehlungen. Präzise und priorisierte Handlungsempfehlungen. Präzise und priorisierte Handlungsempfehlungen.